Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin eure Lenningwanz und ich heiße euch heute alle wieder herzlichstens willkommen in einer weiteren Folge Terra. Und hier ist gerade wieder die Axt am Wandern. Der gute alte Rationez War ist gerade hier dabei jemanden umzubringen. Ja, cool. Und wir sind hier gerade im Kampfe gegen die Argonen schon wieder und der andere bewegt sich natürlich mit einer wahnsinnig Geschwindigkeit. Attacke! Oh, Alter. Ah, niemand hält mich auf. Ich bin vielleicht klein. Doch, ich kann den Feuerkurs des Todes loslassen. Ja. 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 Wir durchbrechen ihre Reihen. Ich zurückhalten. Ja. Oh, Scheiße. Oh, kann ich ihn einführen, also? So war so nice. Oh, ich hab ne Glücksschachtel gefunden. Ah, cool, ich hab's nur ein Kleeblatt. Aua. Hab'n Kleeblatt drauf. Oh. Ha, ha. Das fällt da immer mal auf den drauf. Ah. Ja, cool, ja cool, ja cool, nicht schlecht hier alles. Soldat. Alles klar. Freunde, ihr wisst schon, dass ihr hier in der Wand chestcheckt, ihr faulen, ihr, ihr Feig! Kommt raus! Oder ihr kriegt ein Disziplinarverfahren an den Hals gehängt. Ah. Es sind einfach zu viele. Ja, genau, seh ich auch so, deshalb ziehen wir uns jetzt zurück. Oder? War doch nicht. Wir haben es geschafft. Alter, der Anna hier, der... Guckt euch den mal an, der scheißt sich grad in die Hose. Oh, hier ist noch jemand tot. Hallo. Hast du Schiss? Ja, die ist tot. Die ist tot, ja. Ja, ja, ist okay, ist okay, du bist ein Weiser, du bist ein Versager, du bist ein Versager, du bist dämlich. Du weiser, du. Ah. Du kotzt mich an. Servus. Das sieht aus wie Gandalf irgendwie, wie so ein Gandalf mit einer Axt. Das heißt, haltet nach Depplen Ausschau. Depplen, wer ist denn Depplen? Ninde! Oh, krass. Alter! Es sind einfach zu viele. Depplen, wo seid ihr? Feuer und Eis, das ist kein Scheiß. Denn ich mach jetzt keine Aus. Yeah. Ja. Oh, Mann, du Fallgedau, lass mich doch nicht in der ganzen Arbeit. Ich erledige. Äh, klar. Also, ich muss schon echt dämlich sein, um sich von dem Platz machen zu lassen. Ey, nicht. Diese Kalachi, wenn sie es hier nicht schafften. Tja, dann hat es sich einfach nicht geschafft. Oh, oh. Oh, nee, oder? Attacke! Attacke! Yeah! Oh, schatze. Danke dir mein Freund, danke dir. Danke dir mein Freund, danke dir mein Freund. 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 allein stufe 10 die stufe bin ich eigentlich neun ganz normal dass mich hier an regen verschleimt okay der blind hat ihn erwischt so viel zu einfache arbeit ja das sieht man wie einfach die arbeit ist du bist nämlich tot okay gut er ist tot sogar in kann man nicht mehr helfen ich habe ein ehring so jetzt cool ich habe zwei davon kann ich noch egal was soll die halle ich fühle mich hier am sportlichsten mit meinen spartschuss ok wo muss ich jetzt lang zu deppeln zu rufen nein ich will ihn natürlich anwalt ich habe es geschafft ich habe es geschafft so aber ich denke leute wenn ich jetzt so gerade auf die uhr gucke dass wir hier nicht vielleicht sogar hier einen kleinen cut machen und dann bis zum nächsten mal haut da rein